Ben, mach mal die Abmod für Logo. Lass den logischen Daumen nach oben da. Bei drei Likes spreng ich Gambos Haus. Nein, nein, nein. Jetzt ist es auf Bann. Nein, nein. Er hat es gesagt. Logisches E-Hoh. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, meine Freunde. Was es mit diesem Haus hinter mir auf sich hat, das verrate ich euch erst morgen. Also, morgen wieder einschalten. Leider gibt es da was, was ich jetzt noch tun muss und da komme ich auch nicht rundherum. Deswegen jetzt auf zur Enderchest und dann heißt es Sprengung. Mein Versprechen werde ich natürlich halten. Der Oktobreter einfach, nee, 1, 2, 3, 4, der 9-Drog-Breter. So, also da bleibt nichts mehr übrig. So ein bisschen tut es mir auch leid, aber was soll ich denn machen? Es bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Wir haben die Likes erreicht und ich kann mich ja nicht dagegen wehren. Und ja, wenn die Likes das sagen, dann muss das auch gemacht werden. Jo, wenn die Likes das sagen, springst du dann auch vor der Brücke? So, machen wir hier noch aufs Dach. Äh, machen wir mal. Da noch. Oh, nicht sterben. Alter Schweder. Ja, das sieht ja aus wie vorher jetzt. Das Haus hat sich basically mit dem Stack TNT komplett in Luft aufgelöst. Äh, wenn ihr wollt, dass wir Bens Haus sprengen, dann lasst du unbedingt jetzt den logischen Daumen nach oben da und dann werde ich auch noch Bens Haus sprengen. Ah, wunderbar. Wir haben die Likes doch schon erreicht. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt ran und sprengen das Ding auch noch. Hm, 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 hm. Ich glaube, wenn wir so den Kern hier sprengen, machen wir hier so einen Stab lang. Da sprengt er schon mal das Fundament. Ähm, ja, dann als Biene. Auf zum Dach. Hä? Hä? Ich kann ja einfach nicht höher fliegen. Na, egal. So, Problem gelöst. Äh, dann machen wir uns jetzt mal an das Dach und, äh, haha, da wird auch nichts von übrig bleiben. So, Abfahrt. Dann das hier unten noch. Nice. Äh, iiiiih. Ah, verdient auf Ben's Sachen. Alter, der dauert einfach einen Diablock. Was ist da denn los? Egal, ist noch nicht genug kaputt. Leute, ich nehm euch nur, ich nehm euch nur auf den Arm. Das ist alles nur ein Joke. Das war alles nur ein Prank. Ja, war nur ein Prank. Safe. Safe war das nur ein Prank. Minecraft-Freunde halten fest zusammen. Freunde für ein Leben lang. Sie sind Minecraft-Freunde. Alles gut. Kurz in Warnung, bevor jetzt hier der komplette Sch***bomb losgeht. Ich hab das natürlich gefakt. Das war komplett gefakt. Also, wem ist noch nicht aufgefallen. Ich mein, ich bin in den Creative gegangen und hab sein Dach gesprengt. Jetzt kommt aber der lustige Part. Und zwar schicke ich Gambo jetzt ein Video per WhatsApp, wo ich ihm meine Timeline zeige von meinem Schnittprogramm und ihm sage, Alter, das geht ja so ab, das Video für heute. Und dann schauen wir mal, wie seine Reaktion ist, wenn er dann das Video gesehen hat und dann später heute auf den Server kommt. Alter, Gambo, das Video für heute geht so ab. Zieh dir das mal rein. Du hast gelesen. Elinor hat's gelesen. Er schreibt, er schreibt, er schreibt. Er schickt einfach nur so ein zerlaufe Smiley. Aber er ist ja noch Stunde online, dann warte ich jetzt einfach, bis er online kommt. Hoffentlich ganz mad, so. Hast du mein Video gesehen? Was ist deine Reaktion dazu? Also, wenn das kein Fake ist, dann bist du ein schlechter Mensch. Oha, hä? Ich hab das doch nur gemacht, weil ich's machen musste. Weil wir haben die Likes erreicht und die Zuschauer haben mich halt dazu gedrängt. Du hast einen Like gesagt. Einen! Das war doch nicht von mir. Ben hat das doch gesagt. Dreckiger. Ach, komm schon. Ich hab jetzt echt lange damit gestruggelt. Er sagt lange damit gestruggelt. Ja, ich kann das alles nicht. Kann ich jetzt auf den Server kommen, ohne dass ich einen Anfall bekomme und vom Stuhl kippe? Ja, ja, komm, es ist alles so wie vorher. Es ist alles gut. Es ist alles im grünen Bereich. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich spawne, ehrlich gesagt. Ich hab mich sogar auf dem Stuhl ausgelockt. Wie soll das funktionieren? Meine Sachen sind auch alle da. Warte mal. Hey, ja, ist doch alles okay, oder? Ist doch alles so, wie es vorher war oder passt jetzt irgendwas nicht? Save keinen Prank oder so. Was ist mit dir? Was ist das? Was ist denn los? Hä? Was stimmt denn nicht? Okay, das ist auf jeden Fall echt. Warte, ich muss kurz ein paar Überprüfungen anstellen. Das ist auch echt. Das scheint auch echt zu sein. Ja, was soll denn jetzt hier Fake sein? Ja, das ist alles echt. Junge, hä? Wie hast du das gemacht? Ich hab ja schwarz auf weiß. Das ist eine Videodatei, wie du das Ding in die Luft... Warte mal ganz kurz. Wo ist mein Handy? Ich bin auch nur mit einem Auge gesehen gefühlt. Warte mal. Ja, guck dir das. Das war das Video. Zieh dir das mal rein. Wie hast du das denn gemacht? Das Ding ist ja obviously in die Luft geflogen und du hast dich umgedreht. Das heißt, es muss auch das Richtige sein, weil nämlich Bens Fake House hier steht. Das muss hier gewesen sein. Es gibt jetzt halt eine Möglichkeit. Du hast wirklich auf Krampf hier alles rausgetragen, was mit Inhalt befüllt war. Weil, dass du so dumm bist und meine Sachen mit hoch sprengst, hätte ich halt nicht von dir erwartet. Du sprengst es, um es dann wieder hinzustellen? Ja, klar. Warum? Ja, weil wir die Likes erreicht hatten und ich muss es doch jetzt machen. Den ganzen Vormittag so am Zittern gewesen hier wirklich. Ich habe keinen... Ach komm, als ob dich das jetzt den ganzen Vormittag so fertig gemacht hat, nachdem das Video gesehen hat. Ja, weil ich nämlich wusste, weil ich wusste, dass ich nicht sofort auf den Server kommen kann und dass es erst später kommen kann und dann war ich ein Zittern. Was soll ich machen? Das scheint alles legit zu sein. Ja, ja, ich habe das Haus gesprengt mit deinen Items und habe dann einfach alle Items wieder aufgefarmt. Warte mal. Bens ist jetzt ganz wichtig. Ach so, ja, der Keramik unten. Ja, alles gut, der ist auch wieder da. Okay, gut. Das hat gestern echt lang gedauert. Ja, und das hinten ist das jetzt der Nitro... Nitro... Braider? Nitro Braider. Ja, stimmt. Das ist jetzt der Nitro Braider. Den stelle ich bald auf. Alter, was hast du überhaupt mit dem ganzen Keramik vor, hä? Ich habe ein bisschen was. Ich habe ein kleines Bauprojekt vor. Hey, schlechte Nachrichten, leider gab es wieder technische Probleme und damit meine ich nicht nur, dass mein Regenbogen-Skin jetzt weg ist. Das ist nur wieder so ein Server-Ding, also der kommt früher oder später wieder. Das ist wie so eine Krankheit, das kommt einfach irgendwie wieder aus einem raus. Sondern das technische Problem, dass die beiden Audiospuren nicht richtig aufgezeichnet wurden und deswegen dachte ich mir, okay, der eine oder andere hat es sich ja auch mal wieder gewünscht. Ich setze mich hin und synchronisiere das Ganze nach, damit ihr einen Eindruck darüber gewinnen könnt, was da passiert ist, denn ich habe einen richtig coolen Handel bei Ben rausgeschlagen. Ich will auch noch ein ordentliches Angebot dafür haben, dass ich dich da jetzt hinbringe. Na, so einen guten Handel will ich jetzt mit dir eingehen. Ich will jetzt irgendein cooles Angebot, dass ich dich da jetzt hinbringe. Ich meine, du kriegst da jetzt deinen ganzen Sand. Na, Lohu, dann schlag irgendwas vor. Dann guck mal mal, ob wir das wirklich machen können. Ja, Lohu, du musst unbedingt das Horn von Ben nehmen. Nimm das Horn von Ben. Auf gar keinen Fall. Das Horn gibt es überhaupt nicht. Das gebe ich überhaupt nicht aus der Hand, Alter. Willst du mich verarschen? Ja, dann nicht permanent, aber so eine Woche. Komm, eine, eine Woche. Bitte. Und ich gebe es dir auch hundertprozentig zurück. Ich gebe das Horn nicht aus der Hand. Habe ich doch gerade gesagt, ne? Ich gebe dir kein... Nein, das machen wir nicht. Alter, Ben lässt gar nicht mit sich verhandeln, Mann. Eine Woche. Eine Woche, bitte. Auf gar keinen Fall. Okay, vier Tage. Vier Tage. Komm schon. Hm, hm. Kannst vergessen. Ich gebe das Horn nicht aus der Hand. Wer sagt denn überhaupt, dass ich es dann zurückbekomme? Na gut, drei. Komm. Und du kriegst es so einhundertprozentig wieder. Okay? Einhundertprozentig. Okay, gut. Dann haben wir einen Deal. Yippie. Während die beiden dann Sand gefarmt haben, bin ich losgezogen, um einfach mal so ein bisschen die Umgebung zu erkunden und habe dabei eine Ohrne gefunden, die ich zurückgeschleppt habe und naja, dann ist das passiert. Leute, Leute, das müsst ihr euch reinziehen. Ich habe so eine richtig coole Ohrne gefunden. Hier, schaut mal, das sieht man da auch nicht alle Tage, oder? Oh, verdammt. Ich habe da gerade mein Schwert reingepackt. Wie kriege ich denn das da jetzt wieder raus? Oh, nein, 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 nein. Wir müssen die jetzt aber nicht abbauen, oder? Ich habe die gerade bis hierher geschleppt. Bitte nicht. Bitte. Mein Schwert steckt da aber auch drin. Ich kriege das auch so nicht raus. Ja, dann bleibt dir jetzt nichts anderes übrig. Dann müssen wir die Ohrne jetzt wo abhauen. Bitte nicht. Oh, nein. Und die Stelle mit der Verhandlung ist nicht auf Band. Nein. Aber was, welche Verhandlung? Ich weiß doch nichts. Ein Tag hat man gesagt, ne? Hä? Nein. Nein, 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 nein. Drei Tage. Drei Tage für den Trip hier. Drei Tage. Und ein für die Fackeln. Nee. Doch. Die Fackel benutze ich nicht mal. Das funktioniert irgendwie nicht. Was wolltest du denn machen? Ach, das abbauen, oder was? Dass das da so reinfällt. Ja, ja. Oh, guck mal, eine Schlange, die will ich haben. Nein, das bin ich. Ich weiß, dass du das bist. Wir farben jetzt hier einfach die ganze Zeit Sand. Bist du was? 16, 20 Stacks Sand hast? Ja, ich bin gleich fertig. Echt? Ich bin auch gleich fertig. Ich habe halb tausend Beton. Alles, was zurückbleibt, ist halt ein Loch. Brauchst du mich, um den Weg zurückzufinden? Oh, hui, ja. Ja, gut, dann warte ich. Das Ding ist, Sand bin ich gleich fertig. Das Ding ist nur, hier ist auch geil. Kies habe ich gesehen. In Wasser. Aber das in Wasser abzubauen, puh. War das eine Urne, oder was war das, was wir da hatten? Ja, ja, das ist eine Urne. Die kann man nicht craften, ne? Da ist normalerweise nur Asche drin. Aber die sind nicht selten. Ich habe schon ein paar Dinger von denen gefunden. Der Hut macht es nicht besser, wie du da rumhampelst. Aber der macht mich schneller. Echt? Der gibt dir Schnelligkeit? Ah, gut, ich hatte es. Nee, Quatsch. 15, 15, 16, 17 Stacks. Ja, das ist. Okay, dann kannst du losgehen. Oh, da ist er. Da ist dieses Riesending. Alter. Hö. Was finde ich da? Das hätte mich wirklich fast gekillt. Warte, was ist denn jetzt los? Ich habe irgendwie schwächender Stich. Der Gegner einem Vogelstink falten. Hörst du? Äh, ich habe... Ich finde mich zurück. Ja, warte, es ist schon gut. Es ist schon gut. Lass kurz warten, bis der Effekt vorbei ist. Brauchst du essen? Äh, nee, alles gut. Habe ich noch. Ist gleich vorbei. Oh, okay, wir können los. Wie du mich immer vorgehen lässt, ey. Na, damit ich weiß, wo du lang gehst. Ja, damit mich der Stradler-Ride runterjietet. Das wäre schon ein lustiger Clip. Da würde ich sogar den Schmerz vergessen, dass es vorhin schon wieder abgekackt ist. Ach, das wäre jetzt so ein Karma-Clip, hätte das Ding mich erwischt. Nee, das war es noch nicht. Ach, erst bei der nächsten. Aber es kann sein, dass er nicht mehr dasteht. Hier war er, glaube ich. Hm, alles gut. Dann springe ich so runter. Dann muss man dem Clip mal ein bisschen nachhelfen. Vogelstink hat eine Wüste gezeigt und ich habe tausend Sand gefandt für die Statue. Habt ihr eine Klapperschlange gefunden? Nee, aber ich habe so eine komische Mücke encountert und die hat mich was gekillt. Glaubst du, ich sollte so Touren oder so anbieten? Ja, safe. Wieso hat er jetzt auf dich geschossen, hä? Ich habe Goldschuhe erst angezogen. Ah. Oh, noch ein. Alter, zwei. Das gibt Rendite. Ach, du willst ihn killen? Dafür trage ich nichts während der Führung. Ich brauche noch ein Stradler-Ride. Dann kann ich Gammus Geschenk wieder machen, was kaputt gegangen ist. Weil jetzt habe ich Looting 3, da droppen wir auch was. Trank ihn einfach damit und sag, er soll es einfach so platzieren. Dann mach das selber kaputt, damit du ein Megasammer das erst kaputt gemacht hast. Nee, man braucht vier. Ich glaube, na, das ist scheiß drauf. Das macht keinen Sinn jetzt. Die spawnen ja aber immer, wenn wir hier vorbei sind. Genau, ich biete jetzt einfach so eine Nether-Führung an. Ich will eine Wüste. Und dann steht man hier so. Ja, Wüste, da hat er mich auch gerade hingebracht. Die können ja wirklich an der Decke laufen. Ja. Ich hatte übrigens eine mega lustige Idee wegen der Talentshow. Irgendwer kann ja jemand anderen fragen, ob der zum Beispiel einen Hund spielt oder so. Und dann kann man so. Dann führt einer so eine Talentshow mit seinem Hund auf. Aber das ist ja eigentlich ein Spieler und der kann halt mega krasse Sachen. Mit Gambo und Mugi könnte man das richtig geil machen. Wir sind eh gleich zu Hause. Wir müssen nur noch hier runter. So eine Scheiße. Da wolltest du zu viel. Aber Bruder, du bist auch 30 Blöcke runtergezogen. Mann, nee. Ich wollte auf diese Treppe runterfallen. Aber genau, genau das Gleiche ist Gambo auch schon mal passiert. Dass in dem Moment so eine Mücke angedockt hat. Und den da runtergeboostet hat. Scheiße. Ich habe 55 Level verloren. Never. Soll ich dein Zeug mitnehmen? Nee, warte, ich bin gleich da. Ich habe auch keinen Platz. Ich habe 20 Funstex. Ja, warum bietest du das dann an? Ich habe gehofft, dass du Nein sagst. Macht man das nicht so? Ja, es ist eh nur runter und dann durch so einen Gang. Und dann ist man ja quasi schon wieder bei den Portalen. Dann darfst du nur nicht durchs Falsche gehen. Dann landest du nämlich in Chaos Flos Geheim-Geheim-Base. Ah, ist das traurig. Alles, was von meinen 55 Leveln geblieben sind, ein Level. Du hattest nicht 55 Level. Dann hätte ich jetzt nämlich 40. Oh, du hast meine E-Base-Dinger aufgesagt. Jetzt führe ich dich nicht mehr nach Hause. Ich bin schon im Dreiecksgang hier. Den habe ich gerade neu gebaut. Never, den sind wir doch gerade auch langgegangen. Ah, wer weiß. Vielleicht habe ich das nachgebaut und gleich läufst du in eine Lava-Falle rein. Welches ist es? Das hier oder ist es da hinten? Das da hinten. Das hier rechts. Ach, es gibt drei sogar. Ja. Oh, der hat hier wirklich ein ganzes Netz gebaut. Nö, ich habe das ja nicht gebaut. Aber das müsste man mal warten, weil damit kann man halt super krasse Sachen machen. Das war's für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einer neuen Folge meiner Freunde wieder. Bis dann bleibt ihr logisch. Haut rein. Und ein logisches Cheerio. Ciao.